hey und willkommen zu einem neuen video von mir und zwar möchte ich euch einfach mal kurz zeigen wie ihr eine sicherheitsabfrage in eurem kontaktformular einbinden könnt in wordpress also wenn ihr so ein kontaktformular habt soll hier unten jetzt eine kleine sicherheitsfrage oder ein sicherheitsbild da sein damit das ganze nicht automatisch von irgendwelchen spam boots ausgenutzt werden kann das ganze nennt sich dann halt capture also eine capture abfrage und wie wir das machen zeige ich euch jetzt mal kurz und zwar gehen wir wieder hier in unseren admin panel oder admin bereich und dann hier auf plugins installieren dazu brauchen wir nämlich wieder ein kleines plugin und das ganze nennt sich really simple capture dann drücken wir enter soll er mal schön suchen hier und dann geht ihr hier einfach auf installieren wieder und installiert euch das ganze einfach mal kurz dann müsst ihr das ganze natürlich noch aktivieren sollte danach aber irgendwo ein kleiner button sein wo ihr das ganze aktivieren könnt und dann geht ihr in eurem formular also in euer kontaktformular und geht dann hier auf tag generieren also ihr generiert einen tag capture und dann müsst ihr einfach nur noch hier das ganze könnt ihr unbeachtet lassen ihr könnt hier aber noch die bildgröße auswählen ob es klein groß oder mittel müsst dann nicht machen könnte aber machen da wo optional dran steht könnt ihr einfach mal rumspielen so wie ihr das dann gerne haben möchtet wichtig ist dann auf jeden fall dass ihr hier am ende noch hier diesen code einfügt also capture hier für das bild und für das eingabefeld möchtet ihr das ganze natürlich vor dem button haben müsste das einfach natürlich dazwischen schieben dann wird das ganze vor dem button gemacht möchtet ihr das hinter dem button haben dann macht er das einfach darunter natürlich sollte man das vor dem button machen weil ja hat sich einfach so eingegliedert und ist natürlich auch benutzerfreundlicher wenn das ganze halt darüber steht und ja so einfach ist es schon eine capture abfrage oder eine sicherheitsabfrage für euer kontaktformular zu erstellen und ja was ihr danach einfach eigentlich wieder machen muss ist hier den code kopieren dann einfügen und dann seid ihr auch schon fertig also hier wieder kopieren also ich mache das immer lieber einmal neu also seid dann wieder auf die seite dann kontakt wo ihr das gerne haben möchte natürlich und dann steuerung v wobei es ja eigentlich derselbe code ist ihr müsst es eigentlich nicht machen aber ich habe mir das immer so angewöhnt das ganze dann noch mal einzufügen ist eine kleine macke von mir aber gut ja müsst ihr euch nicht weiter daran stören und das war es dann eigentlich auch schon für dieses video und ich denke wir hören uns dann im nächsten video und bis dahin habt eine gute zeit auf wiedersehen Bis dahin bis dahin